R.E.W.R.N.S.I.D. ... Boah, ich bin grad in einem drin. Ich seh die Augen von innen und das Mull von innen. Richtig widerlich. Ja das ist bei Flussbüste. Ja das gefällt dir doch, komm. Boah ich bin doch richtig geil, alter. Okay Jungs, jetzt wird verloren! Auf gehts! Auf geht's! Abfahren! Rein! Wir starten den Server neu, alle raus! Ich hab Feuer gelegt, alle raus aus dem Server! Raus, 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 verlass den Server! Our eyes are not viewers, they are also projectors. Ich hab Feuer gelegt, alle raus aus dem Server! Raus! Ja, komm hochgucken! Ja, Dena, du musst raus! Dena, raus! Dena, raus! Dena! Oh Gott, ist der dumm, der Junge! Wir sind ja mehr Zombies als Spieler gerade! Echt? Ja, vor mir! Also quasi, das ist unten an der Ecke! Ja, das versuche ich! Von den Puzzlehäusern! Das, was quasi unten rechts steht auf der Karte! Ähm... Das höchste, ne? 18... 14 Zombies! Gerade über uns! Easy, dann haben wir die schon mal weg! Ich hab keine Waffe! Ey, ein Zombie landet oben auch auf dem Hochhaus! Zwei Zombies landen oben auf dem Hochhaus! Ey, bei dir ist einer gelandet! Genau hinter dir! Nein, Munition! Oh, ne! Ach du Scheiße! Nein, hinter dir! Oh, ich hab sie! Rewi, bist du das bei mir immer aus? Oh nein, wer bringt den denn da mit? Wer bringt den denn da mit? Kommt wieder hoch! Wir sind hier drin! Nein! Was, aber was? Töte den Zombie! Töte ihn! So, ich hab ihn! Töte ihn! Ja, ist einer! Max, alles gut! Max, alles gut! Ja, ich hab'n Zombie! Oh Gott, hier krabbelt noch einer! Die kommunizieren alle schon hier ingame! Im Treppenhaus krabbelt noch einer! Wie sieht's aus, Revio? Halt immer die Fresse! Ich muss Steps hören! Alle ruhig! Danke! Dalo, Dalo, ich hab'n SK12! Okay, nice! Oh, ne, ich bin ein Hausweiter! Oh, das ist doch eine gute Waffe! Ich hör' keine Steps! Ich hab' so Schiss! Dalo, komm mal mit zu mir in das Haus hier rechts nebenan! Ah! Ich bin grad bei, ähm... Alter! Mach's! Nein, ich bin tot, Leute! Hilf mir! Mal was, Izzy, mal was! Oh, ne! Nein! Wie kann das denn passieren? Die waren unten drin! Die waren unten drin! Die Schweine, Alter! Die Schweine! Ja, wir müssen in andere Gebäude! Muni, Muni, Muni! Dalo, halt nicht warm! Ich bin das! Ich bin das! Ich bin das! Ich bin das! Du kleiner Wichser, Junge! Dich mach' ich lang! Was? Hab' ich ein Auto? Der Rucksack unten liegt da drinne! Hab' ich vergessen auszustehen! Hast du ihn gefunden? Nee! Ja, geh! Dann komm mit Schule! Komm mit Schule! Däna fährt mit dem Auto! Hä? Junge, ich will jetzt hier nicht alleine rein! Wieso kann Däna Auto fahren? Ich hab's nur ausprobiert! Ja, 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 ja! Zombie an der Schulmauer! Zombie an der Schulmauer! Cool! Schule ist klein! Ah! Lass mal hier kurz einmal treffen! Vor dem Auto! Und... Scheißhaufen machen! Munition teilen! Ja, Schweinehaufen! Zombie vor mir! Ganz viele Zombies vor mir! Abdrehen! Abdrehen! Zu Revi! Wo ist Revi? Recht von euch! Ihr könnt da nicht reingehen, Alter! Das hat sich rumgesprochen! Hey, helfen wir jetzt erst oder looten? Nee, nee, nee! Ich bin entkommen! Ich bin entkommen! Doch, da hinten steht tatsächlich... Ich bin entkommen! Ja, dann lass sie doch töten! Wir müssen jetzt schnell welche töten! Ja! Los! Aber Jungs! Die haben uns noch nichts getan! Hallo! Hä, die laufen rein, Alter! Einer ist ausgenockt! Oh, der Dallu ist heiß, ey! Der ist heiß! Wenn das deine Meinung ist... Easy, zu hellrot! Ja, Dallu! Jetzt bist du am Arsch, oder? Jetzt bist du am Arsch, Dallu! Jetzt bist du am Arsch, Dallu! Kommt jemand! Kommt jemand! Ja, Junge! Hier! Alle daaun! Nein, Gott! Alle daaun! So, jetzt komm ich zu euch! Das war close! Fotze! Das war close! Das war close! Fotze! Wir haben sie eliminiert! Die Zone ist jetzt da! Das heißt, viele Zombies wahrscheinlich auch! Die Mauer! Die Mauer, Max! Nicht die Zone! Oh, ist das geil! Vielen neuen Armonie! Oh! Boah, yo! Ja, nice, Leute! Ey, wir müssen jetzt loslaufen! Jungs! Wir müssen sowas von loslaufen! Oh, hier ist eine Autopumpe! Oh, Leute! Wir müssen echt laufen! Der Max geht grad rauf hier! Mann, ich bin jetzt halt der Letzte hier! Wenn das hinter uns Zombies sind, dann bin ich am Arsch! Ja! Cool! Ey, sag mal! Alles egal! Super! Habt mir vorne mit zu den Häusern! Die können wir noch mal ganz kurz mit ausnehmen! Ja, ja, eben! Ja, ja, ja! Ich sag euch, wo ihr hinmisst! Ja, ihr müsst genau zum grünen Punkt! Dena! Dena! Was ist denn los, Mann? Wieso spielt der denn überhaupt mit? Wieso sind die alle Türen offen? Warum liegt das Stroh? Wieso hab ich denn... Las mir noch einen! Max, ich hab noch 7er Munition für dich, ne? Jetzt ist kein Bock! Oh, Profis, Summies, Summies! Sieht Osten, Sieht Osten, Sieht Osten! Wie viele? Mehr als zwei! Ja, dann töten, 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 töten! Boah, das ist aber jetzt aggressiv, finde ich! Na klar! Die Einstellung kann ich nicht halten! Maximilian, bleibst du kurz stehen! Ich... Ich hab noch 30 Schuss für dich, ja? Leute, wir müssen weiter! 5, 5, 6er! 5, 5, 6er! Warte, Max, du brauchst die für meine Pistole! Brauch ich noch 20 Schuss oder sowas! Die liegt nix! Nordosten! Ja, das ist nicht der einzige! Die liegen da! Max, ich hab's auf jeden Fall hier! Machst du dir, Jay, pass auf! Ich lass mich nicht verarschen! Max, ich hab's hingelegt! Guckt mein Replay! Das sind Highlights, die ich in meinem Videos immer rausarbeite! Zombies, Zombies bei E und 75! Vor der Tür vom Roten Haus hier! Rebi, warte mal kurz! Huiiii! Ja, moin! Nicht in die Schussbahn gehen, Leute! Ohne Eisenkrone! Hier ist noch Auto! Ohne Eisenkrone! Er ist der Bruder von Kai, der Brecher! Schau mal, Max, siehst du hier rot? Ja! Hellrot! Lass mal da hingehen! Ja, ja, machen wir gleich! Da wurde aber grad echt ein bisschen... Oh oh! Alter, die Zone wird ganz schön klein, ne? Ja! Und es nehmt noch 75! Die Zone wird ganz schön geil, einfach! Die Zone wird ganz schön geil, einfach! Ne, ne, ne! Mit der Power ganz oben aufs große Gebäude wär auch nice! Aber da kommt die Zone und dann ist wieder Ende im Glende! Eben, genau! Deshalb würde ich halt schon sagen, das Farmos da bei Hellrot ist und das ist am sinnvollsten! Bei Hellrot ist schon sehr geil und frisch, ja! Ja! Irgendwer wurde aus dem Spielbereich geschlagen! Wir sind da so alleine, Max! Was machst du da? Ich loot! Divers! Diverses Gameplay hier! Dalu, ich fühl mich nur sicher, weil du dabei bist! Nicht wegen Felix, ne? Vielen Dank, vielen Dank! Huiiii! Oh Gott! Baba Gandalf! Ach Gott! Was? So Bock dir ne Schelle zu geben, ne? Woran sterben die? Wahrscheinlich außerhalb der Zone! Vielleicht gibt's ne Krankheit gerade! Man weiß ja nicht, ne? Ich hab so viel Dreck auf dem Monitor! Sieht immer aus wie ein Zimmer! Ich hab so viel Dreck auf dem Zahn, Alter! Ja, ist bei mir auch die ganze Zeit! Hm, kenn ich! Immer wenn ich mit dir aufnehme, krieg ich Plack auf dem Zimmer! Ey, wir sollten jetzt alle uns wirklich bei Hellrot treffen, oder? Da können wir uns am besten verschanzen! Ja! Wenn wir jetzt Glück haben und da hinkommen, dann könnte das sogar noch was werden! Da laufen sie! Süden! Süden! Oh! Das sind einige, Jungs! Sechs, sieben Stück sind das! Ja, tötet die! Tötet die! Tötet die! Da, du! Wenn die sich stecken, haben wir wieder verloren! Ey, Jungs! Was ist... Wenn wir zuerst zu grün gehen, da Zwischenhalt machen? Ne! Ja, grün ist immer ne gute Idee! Ne, wir müssen zu hellrot! Wir müssen zu hellrot! Wir müssen zu hellrot! Ja, wir müssen aber auch looten! Grün ist immer ne gute Idee, ja! Ey, die sind hier vorne! Die sind alle vor uns! Ja, tötet die doch! Bevor die sich stecken! Digga, die schneiden uns den Weg gerade ab! Ja geil, dann fickt die! Wir müssen, wir müssen zu grün ins Haus! Wir müssen zu grün ins Haus! Ja, du Scheiße! Wir müssen zu grün! Ihr seid so am Arsch, Alter! Ihr seid so am Arsch! Kommt zu grün! Kommt zu grün ins Haus! Kommt zu grün ins Haus! Grünes Haus! Was ist? Ja, ich komme! Kommt zu grün! Hallo, seid ihr hinter mir! Die sind schon am Haus, Leute! Die sind schon am Haus! Die sind schon am Haus! Rechts am Haus! Rechts am Haus! Rechts am Haus! Lass sie töten, oder? Ja, es sind welche im Haus! Ich hab schon welche ins Haus gehen sehen! Ja! Töte machen immer, ne? Kommt hoch! Geh hoch, Dallo! Geh hoch! Die liegen jetzt im Wald! Komm, lass weiter! Lass weiter! Lass weiter! Max! Okay, willst du töten? Gehen wir weiter, oder bleiben wir hier? Ja, lass die alle töten! Guck mal, wie die fliegen! Von hier aus können wir die auch gut töten! Liegt noch ein Level-2-hemm nach vorne in der Ecke! Liegt noch ein Level-2-hemm für euch, Leute! Ja, hier ist einer im Gras, Junge! Den nehm ich noch mit! Hallo! Pass auf! Rechts hinter der Scheune! Hinter dem kleinen Ding ist auch noch einer! Guck mal, der ist in der Zone! Lassen wir nicht rein! Lassen wir nicht rein! Dahinten hinterm Haus ist noch einer! Jeder einzelne zählt hier! Passiert hier! Da kommt der angelaufen! Neue Zone! Wir müssen zu rot! Wir müssen zu rot jetzt laufen, Jungs! Da sind zwei doch! Wir müssen zu Klippe! Wir müssen zu Klippe! Zu hellrot! Wir müssen zu rot! Anders geht's nicht! Hier ist noch ein zweier Helm! Okay, wir müssen zu einer langsam wieder aufschließen! Hier vor mir ist einer! Rot! Rot! Ey, wenn wir jetzt laufen! Geh mal runter hier! Mach dir denn da, Jungs! Max, wir kommen zu euch! Wir räumen hier übel ab! Dann gehen wir zu rot! Easy hinterher! Nice, Max! Geht mal mit uns bitte Richtung rot, Leute! Hinter uns drei! Max, gib Gas! Raus! Raus! In das Haus, Easy! In das Haus, Easy! Ins rote Haus! Wir sind schon im Haus drinnen! Nicht in dem Haus! Wir müssen zu hellrot! Zu hellrot, Jungs! Ich lasse die Granate fallen! Weiter laufen! Wir sind nicht in der Zone! Easy, Dehner! Raus da! Wir sind nicht in der Zone! Kommt schnell! Die anderen kommen ins hellrotte Haus! Ich glaub wir können die machen! Ich glaub wir können die machen! Ja, lass sie holen! Raus, taus, taus! Easy, Felix kommt! Ja, okay, drauf da! Das Haus ist auch nicht in der Zone! Ganz knapp! Geh lieber nicht so nah, Max! Lass sie lieber! Wir müssen zusammenbleiben! Hey, willst du da drinnen bleiben? Richtig! Lass uns zu den anderen gehen, oder? Ja, ja, komm zu uns! Hier sind ein paar! Wir können dich snacken! Ja, wir gehen zu den anderen! Okay, okay! Ich sag's dir! Jetzt geht's nicht in der Zone! Hier ist ein Zombie! Ja, Easy, wir sind bei dir! Kann ich sie hier nicht sehen! Wir sind zwei W! Ja, ja! Hier! Da kommen ganz viele! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ist tot! Oh fuck, Leute! Was geht ab bei euch? Wir sind super viele! Okay, Alter! Ey, komm zu uns! Komm zu uns! Komm zu uns! Komm zu uns! Hilfe, Easy! Easy! Komm zu uns! Hilfe! Easy! Wieso sind wir nicht in dein Haus gegangen? Ich sag's uns die ganze Zeit! Komm zu uns! Komm zu uns! Komm zu uns! Komm zu uns! Oh, wie viele Kids ich hole, Mann! Komm zu uns! Ist hinter mir einer! Ist hinter mir einer! Ist hinter mir nicht mehr! Okay, ich hab gar kein Leben, Junge! Ich nehm den Koffer! Oh, Spritze rein! Ja! Schön! Hier oben auf den Berg! Da sind die sich formiert! Oben auf den Berg! Komm, wir machen! Wir machen die jetzt! Wir machen die jetzt! Hey, lass die kommen! Lass die kommen! Granate, vorsichtig! Granate! Einer ausgelutscht! Gerade kommt geflogen! Hab einen ausgelutscht! Immer mit der Schrot ganz genüsslich finishen! Kein Stress! Ich hau dir jetzt auf die Schnauze! Ich geh da rein! Ich geh da rein! Das ist unsere Runde! Das ist unsere Runde! Wir sind in der Zone, ne? Wir sind in der Zone hier! Wer hat die Smoke hier hingeschmissen? Seid ihr besoffen? Von hinten, von hinten! Ja, oben auf dem Berg! Hier, an der Anhöhe! Ich bin in der Oben! Hier bist doch nur steck! Oh, fuck! Alter, du hast mich fast getötet! Oh, oh, oh! Oh, wie viel der da ist denn? Oh, oh, oh! Ist ein, Max! Mach's hinter dir! Nice Max! Wohnen, du billst da! Hinter dir! Schaffen wir! Schaffen wir! Schaffen wir! Jungs! Ich hab gar kein Leben! Fuck! Loll! Die Letzten sind da oben! Die Letzten sind da oben! Kommt, das schaffen wir! Attacke! Ich geh da rein! Ich heil mich! Ich heil mich! Alter, wie viel hast du denn jetzt geholt? Izzy, komm mal zurück! Rewe, komm zurück! Izzy und Rewe zurück! Wir sind nicht mehr vieles! Ja, trotzdem! Wir machen das jetzt safe! Schönes Ding, Harry! Schönes Ding! Du bist ein Magier! Achtung! Reine aus! Vorpushen! Hier vorne! Hinter den Baum! Hinter den Baum! Push the lane! Immer nach vorne! Close A! Drop die Bombe! B! B! Die sind long! Flank rein! Flank rein! Ja, Tor! Geil! Sehr schön, Jungs! Die Letzten sind aufwenden! Adc! Geil! Bombe A! 3 oder 4! 4 oder 3 Stimmen! Komm schon, die holen wir uns! Sehr gut, Alter! Das stimmt! Der lauft! Ja, weggesnipe die Hure! 2 noch! 2 noch! 2 noch! Sehr schön, Izzy! 1 noch! 2 noch! 1 noch! Ja! Wuuuuh! Was, meine Mutter war das? Sehr gut, Alter! Sehr gut! Ich hab's gut gemacht, Jungs! Leute, das war's von dieser wunderschönen Runde Zombie-Modus bei PUBG! Checkt auf jeden Fall die anderen Ausschau bei Max, Hand of Blood, bei Dalukard, bei Dana, bei Izzy, bei Jay, aka Pismid und bei Markfugio vorbei! Das war's für dieses Video, ich würd mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Wenn ihr weitere Folgen davon sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da! Haut da rein! Bis zum nächsten Mal wiedersehen! Ciao, ciao! Ciao, ciao!